Und, let's go! Immer diagonal schön durch den Wald schleichen. Wir gehen nämlich Pilze sammeln heute. Jawohl, lieber alle Bäume. Wir gehen um die Bäume herum. Sehr schön. Irgendwann machen wir eine ganze Dreieck um die Bäume. Eine ganze Dreieck machen. Einmal ganz herum. Zum nächsten Baum gehen. Andere Plüten auch. Sehr schön. Und jeder noch einen Baum. Schnell rum, schnell rum, schnell rum. Perfekt. Achtung wieder an das Murzeln, gell? Der ist noch nicht über die Schüttelstrüge. Jetzt springen wir. Die Ärmel kannst du ruhig mitnehmen, Carina. Gib doch! Jetzt springen wir zeitlich über jede Hütle. Und die Bäume. Die Bäume sind blau da hinten. Wunderbar. Dann haben wir hier noch zwei. Hopp! Die Brüten sind immer noch da. Die Bäume werden langsam zum Ausstieg führen. Und dann laufen wir wieder zu schnell, wenn ihr das könnt. Jawohl! Die Bäume sind immer noch da. Dann gehen wir! Untertitelung. BR 2018